Was? Wieder die gleiche Scheiße? Ja. Vielleicht ist es ein Bug? Es ist fast so, dass es an Morrigan attraktiv ist. Zum Freitag, 14 Uhr Zeit, eure Schätzungen in unserer Wette abzugeben. Der Link ist in der Beschreibung, also einfach auf den Link auf die Seite eure Schätzungen abgeben. Mit dem Twitch-Namen. Wenn ihr natürlich keinen Twitch-Namen habt, dann kann man nichts gewinnen. Also wir brauchen einen Namen, wo wir wissen, wer wer ist. Und an die Person können wir das dann auch richten. Also einfach eintragen und dann sehen wir uns spätestens am Freitag. Oh, 10 Bewegung der Speed. Vielleicht eine Goldbladet in Serial Edge. Das sollte gut sein. Ja, und dann... Crit. Ne, ein Talent Haspo? Ah, ein Talent Haspo. Und dann Crit. Ja. Eintox bist du, äh, Jengwei. Ja. Da ist mein Midlaner, Kevin. Direkt kein Bock mehr. Was ist diese Heath's strat? Ich habe 40 Power in meinem ersten Auto. Aber ich hab den Small Minion getrunken. Fuck it, man. Ich habe gerade gesehen, dass die Gottes, die eine AoE-Kleave haben, oder Clear haben eine bessere Jungle-Start, als die Leute, mit kurzen Cooldowns. Ich habe meine 1 auf dem Backcamp benutzt und habe es sofort geschehen. Der erste Blood hat das, oh nein. Wir hatten die erste Blood. Was ist das? Ist es eine Hilfe für mich zu gehen? Nein, du kannst auf die Reden gehen. Nein, ich werde die Backcamp erst. Ich komme. Ich denke, der leften Midcamp ist noch da. Das ist möglich. Was? Ich habe die Bedeutung. Ich habe die Bedeutung. Ich habe die Bedeutung. Okay. Ja, ich habe jetzt 40% Attack Speed. Wenn ich beide bekomme. Ah, Serrated-Edge gibt es nicht Attack-Speed. Es gibt. Ich dachte, es gibt. Nein, du. Es ist 20% Pen. Ich bin. Wir können Gangbride. Oops. I've ultim 5. ich nehme das Nein! Es hat nicht gereicht und er hat der Ultimo Das ist so schade Das war schade Noch ein Kack Auto, kack auf dieses Ein Schrein, das wird so gut Der nächste Buff, du musst einfach durch dieducken Ja Ja. Ich habe wieder eine Ulti geblieben, wenn meine Gang kommt. Oh, was? Ich dachte, sie würde direkt gehen. Ja, ultier. Oh, vielleicht nicht du. Oh, okay, sie ist tot. Ja, aber sie... Ja, ja, sie kann still walk towards uns. Ja, ja, sie ist gekommen. Skott, du kommst her? Okay, go to base, du. Ah, da ist eine Bave. Da ist sie. Das war close. Was ist das? Ich vermisse was. Okay. Oh, nice. Für mich. Ach, so ein Hurensohn. Egal, ich gank ihn. So eine Pussy. Oh, scheiße, Bro. Ulti, Ulti, Ulti. Nice, ich bin auf dem Weg. Ich habe meine Ulti noch, aber er hat seine auch. Ich habe nicht viel Mana, aber... Schade. Schade. Aber den hier Blue ist da. Komm, 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 komm. Ich habe gar keinen Mana, Bro. Ja. Oh, nein. Chuck ist gekommen. Dieser Piecer. Oh, ihr Schatzpunkt. Junge. Ich hatte halt gar keinen Mana aus. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe mich aber sterben lassen. Oh, nice, Kevin. Schade. Schade, schade, schade. Ja. Ähm. Gerade, wo ich auf ihn dashen wollte, er kam die Ulti halt. Ja. Ja, Immort. Bis jetzt, bis jetzt, bis jetzt nicht. Okay. Late Game, Late Game. Jaja, auf jeden Fall. Wacker Ulti. Ich glaube, der Ninja Tower könnte weg sein. Oh, beautiful. Okay. Oh, was tech. Ich will experience two. Oh, vielen Dank, Herr. Der Bakaar ist blau, für ein paar Worte. Okay. Ah ja, er hat den Däres. Ich habe ihn ultiert. Oh mein Gott Nice Wait... Where did my ult come from? Ah, er halt small wie lang lebt die hole. Where... Where did my ult come from? What do you mean? What do you mean? Like, my ult was down, but Baka had my ult on him. Yeah, you ulted him. I thought you ulted him. I ulted way before the fight. Okay. On my ult. Maybe it spread? No, it didn't, because I ulted here and turned back that way. Okay. I guess a system says he has to hit. I need to record that to see what happens. I allow it to you. The enemy is missing middle. You're welcome. Lauf, bro. I will kill you. No, I want to get out of here. I have to get out of here. Ah, the Baka had to hit the 13. Hold the shit. Yeah, we have to run. Rennen müssen. Ja. Scheiße. Best have nailed. Okay. Äh. Buck hat chuck ulti. Wasche stupid healing. Okay. Nee. Rechts weg. Au. Die Mädels sind wieder da. Ja. If you can walk into mid, dude. I got ult. Fuck you, man. Well, it was enough to disturb them. Okay. I need to record that because that was glorious. Thank you, Dina. Thank you for the help. No problemo. I played that really good. Nice. Ah. The arm shell down. Oh. 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 Oh mein Gott, Jimmy. Scheiße. Oh mein Gott, Jimmy. Scheiße. Wie schön das dir. Hast du stun? Ja. Ja, aber ich hab' kurz. Ah, laufruf. Kommt doch, kommt doch. Digi vorsichtig, Bucker könnte jeden Moment kommen. Du musst dann reingehen. Der wird dich sowieso ulten. Ja, der ulten. Also der, der Bucker. Ne, nicht mal der Bucker. Oh, der ist in Tod geschwungen. Nein. Dieser Pisa. Es ist so eine Schwuchtel. Es ist so eine Schwuchtel, da kann gar nichts der Tod mehr sein. Pisa. Mann. Es ist so traurig. Ja, Mann, ich weiss, wie du dich blust. Ähm, was kennt dich noch wohl? Nice, Kevin. What? Aber... Wieder? Die gleiche Scheiße? Ja. Vielleicht ist es ein Bug? Es ist fast so, wie er sich an den Morgan getroffen hat. Ja! Ich habe Baka-Zura gebraucht. Oh mein Gott, habe ich ihm die Ehre genommen. Absolute Ehre genommen. Oh mein Gott, hast du knapp überlebt. Ja, Mann. Alter, hast du nicht früher geultet? Weiß nicht. Bruder, was war das gerade für ein Kampf, Alter. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich habe ihn. Duh. Oh, ich habe das Team gestorben. Ja, Mann. Kevin, du musst nach dem Spiel sehen, was ich mit dem Baka-Zura gemacht habe. Du musst es sehen. Entschuldigung. Bruder, mein Bild war schon grau. Komm doch, du Hund. Ja Mann, Jimmy. Du verdienst einen richtig heftigen Gang, Alter. Warte. Poke den Hund einfach ein bisschen. Ich komme aus der Verdammnis auf ihn. Baka-Zura kommt? Ah, f*** mein Leben dann. Vorsichtig. Ulte, ulte, ulte. Ich komme. Ich habe keinen Stun. Ich hatte den Stun eine halbe Sekunde vielleicht. Egal, guck mal, du bist jetzt Level 15. Ja Mann. Ja, auf dem Level war der, ist der ein halbes Level müsste der Mehrheit sein, circa. Das war so schade, aber... Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich Hasten oder Talented gehen soll. Aber ich glaube, ich gehe Talented. Für den Pen in sein Gesicht. Nein. 1-6 und ich habe trotzdem Top Damage. Was ist das? 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 Hm, womöglich Kinds. Ach wegen... Ja, wegen Unmut, ja klar. Das macht es. Nein, dies. Wait, Enemy God? Ah, ok. Imagine a Talented procging at Minions. Hm. Umut, du hast immer noch Ulti, Digga. Ich weiß gar nicht, warum du deine Ulti einsetzt. Digga, die Ultis so scheißen, Mann. Was? Digga, da war auch 10 Jahre für einen Hiss. Ich habe Bait. Der Tuckert kommt. Ah, kein Seh. Ah, gut. Mann, du hast einen Elocke. Ah. Oh. Oh, einfach morgens. Oh. Oh. Er hat nur noch HP. Schön. Und der war's von der anderen Weg. DUDE! Diese Fights are hilarious! Kommst du hier? Nein, nein. DUDE! Da sind keine Leute, das ist für sicher. Sie wissen, was sie tun. Ja, sie wissen, was sie tun. Sie wissen, was sie tun. Sie sind vielleicht Gold oder Platz. Die Persephone, die Bewegung war ziemlich smart. Oh, Brudi. Oh, oh, oh. Ist jetzt der Dash? Du kommst ja nicht weg, Bro. Du kommst ja nicht weg. Was ist los? Komm her! Dort! Du hast die Kino bleibt jetzt. Ja, ich tue nur sowas, ob ich weg. Aber jetzt weg, ich wirklich. Ich bin weg. Was ist der Ulti? Ja. Die Kampi nutzt doch deine Ulti, Alter. Ich check's dich, du kriegst doch Leben bei deiner Ulti. Ich fühle mich, dass die Casuals eine falsche Sicherheit gibt. Was hast du gesagt? Ich fühle mich, dass die Casuals eine falsche Sicherheit gibt. Ja. Du musst, wie in ranken, wie in Casuals. Du musst, wie in ranken, wie in Casuals. Du musst nicht zu viel denken. Ah, mein Job! Wenn ich nicht zu viel attention paye, ich spiele besser. Ich schicke. Ich schicke. Du kannst mich besser. Ich schicke. So du bist. Das war's nicht helfen. Nice! Go Dino! Go Dino! Nice! Nice! Dude, this build is insane. Dude, my shop was open, I didn't pay any attention. He blinked, held it for dead. Ja, Merle. BAM! 70 Gold. BAM! 1000er Krits. BAM! Persephone gleich tot. Enjoy! They surrendered before, dude. What a game! Oh! Oh, man! Wow! I don't know how to play a game. Oh, man! 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 Okay. Let's see, Blade. 29k. Okay. Bud, Kevin wait, I... Fuckt euch, fuckt euch! Fuckt euch, von Herzen, fuckt euch! Fuckt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Untertitelung. BR 2018